So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dishonored. Wir sind immer noch auf dem Maskenball, auf der Suche nach Ladyboy. Und ich mach mal schnell die Tür zu und sammle das Geld wieder ein. So wie letztes Mal auch schon. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Zimmer jetzt noch durchsucht hab. Wir mussten ja... Oder ich bin ja gestor... Schlüssel zum Trisor... Okay, ich muss das Zimmer nochmal durchsuchen anscheinend. Ich bin ja letztes Mal gestorben, als ich da runtergesprungen bin. Hatte ich meine Waffen draußen und die haben erkannt, dass ich wahrscheinlich tatsächlich nicht nur die Maske des Mörders trage, sondern... Nicht des Mörders, des angeblichen Mörders. Naja, ich bin schon ein Mörder, denn ich hab viele Leute umgebracht. Aber die Maske des Gesuchten trage. Und ja, deswegen bin ich aufgeflogen. Ich hoffe, das passiert mir nicht nochmal. Ich versuche jetzt irgendwie runterzukommen. Wachen sind schon mal nicht in der Nähe. Ich glaub, da hinten ging's aber nicht wirklich weiter, oder? Ah doch, hier geht's runter. Aber da kann ich ja nicht wirklich runtergehen, weil da ja eine Wache steht und alles. Oh, nee, ich wollte das da haben. Also, und mehr gibt's hier schon gar nicht mehr. So, und ich müsste jetzt irgendwie versuchen, hier runterzukommen. Also, hier geht's ja eigentlich auf jeden Fall nicht, weil da diese Wand ist. Ähm, das ist schon mal schlecht. Hat mich einer gesehen? Oh, mich hat wirklich einer gesehen, gerade ganz kurz. Oh, der dürfte mich jetzt schon... Shit! Shit! Nein! Ich kann doch jetzt nicht schon verlieren. Okay, er steht direkt vor mir. Geht zur Toilette. Und... Das war er! Sorry. Oh, ich hab ihn sogar umgebracht. Ich hab gar nicht drüber nachgedacht. Egal, macht nichts. Der ist tot. Der wird uns schon mal nicht mehr stören. Und niemand anders hat was mitbekommen. Okay, damit können wir dann jetzt hier mal weitergehen. Die Wache hier ist dann ja weg. Da vorne steht noch eine. Ich könnte auch noch mal probieren, mich da runter zu porten. Aber ich wette, das geht wieder schief. Die Waffe werde ich auf jeden Fall draußen haben, wenn ich das gemacht habe. Deswegen wird das nicht so richtig funktionieren, schätze ich. Da ist eine Wache in dem Raum. Das ist schlecht. Kommt hier auf jeden Fall auch raus. Ich hoffe, sie dreht sich aber in die andere Richtung. Und zack. Und sie hat einen Schlüssel dabei. Okay. Ich will den Schlüssel... Waverlees Schlafzimmer. Okay. Wo ist das denn? Waren wir da schon? Waren wir schon an einer verschlossenen Tür? Kann ich mich hinter dem Glas verstecken? Ja, ne? Mist. Nein. Ich hab's schon wieder vergeigt. Mist. Ne, hör mal auf. Okay, drücken, drücken, drücken. Und Kopf abschlagen oder irgendwas. Dankeschön. Oh, ich hab wirklich den... Fuck. Was? Oh, ich lauf mal ne Runde. Ich lauf mal ne Runde. Ich lauf mal ne Runde. Och Mann, ey. Ich dachte, der wär irgendwie... Ich dachte eben halt, der wär weitergelaufen. Sie haben mich verloren, oder? Schön. Ein paar Mal im Kreis gelaufen und dann... war ich sie auch schon los. Die Wache ist von da unten weggegangen, glaube ich. Ist ja jetzt gar keine Wache mehr. Ich glaube nicht, oder? Jetzt steck ich mal die Waffen weg und spring hier runter. Und ich glaube, ich hab's geschafft. Leute, ich bin draußen, obwohl es erst schief ging. Wer ist das? Hallo? Ist das Lady Boyle, oder wie? Sollte ich Lady Boyle nicht finden? Töte Lady Boyle. Das ist Lady Boyle. Und niemand ist hier, der mich aufhalten kann. Ja, ich werd's tun. Halt! Sorry. So. Keiner sieht mich. Keiner weiß, wer ich bin. Entdecken die mich jetzt? Mist. Okay, okay. Meine Tarnung ist schon aufgeflogen. Gut. Aber ich möchte noch zum Tresor im Keller. Nur, wo find ich den Keller? Okay. Da geht's nicht rein. Da. Ich lauf einfach. Ich lauf einfach. Oh, shit. Der hat ja eine Pistole. Okay, warte mal. Dann muss ich ihn vielleicht doch mal töten. Einen Moment. Auf zu schießen. Nein. Okay. Alles gut. Stirb doch endlich. So. Oh, der hat ja auch einen Revolver. Die nerven mit ihren blöden Waffen. Boah, der pariert aber einig. Fuck. Ich hab auch keine Munition mehr für diese... Ich hab noch eine Kugel. Oh, das war verschwendet. Yes! Nice one! Okay, er hat seinen Kumpel erschossen. Das ist nur gut... Boah, wie viele kommen da jetzt? Ich glaub, ich hab ein Riesenproblem. Ähm, ich hab auch keinen Mana mehr. Oh, ich will doch gar nicht den Skill. Ich will den Skill. Ich hab nicht genug Mana für den. Oh, das wird so scheiße. Komm schon. Und da ist der Typ. Mist, jetzt komm ich an den nicht ran. Wegen dem Typen. Ja, ich sterbe jetzt. Ich sterbe jetzt. Verdammt! Wieso bin ich da schon wieder so scheiße aufgeflogen? Krieg ich jetzt vielleicht doch noch die anderen? Komm schon! Stirb! Oh, da kommt noch mehr. Alter, ich lebe noch? Wieso lebe ich noch? Wie lebe ich noch? Frage ich mich. Okay, den hab ich auch. Oh mein Gott! Ich mach hier überhaupt nicht mehr irgendwie klug spielen. Ich schnetzle einfach nur noch. Leben! Nein, da schießt er wieder. Ich hab immer noch nicht genug Mana. Bin tot. Mist! Ich dreh durch. Dieser Maskenball, der macht mich verrückt. Ja, letzter Speicherpunkt. Mal schauen, was der letzte Speicherpunkt war. Nochmal von hier. Okay, wir schnappen uns aber nochmal den Schlüssel. Und dann versuche ich lieber nochmal auf Nummer sicher irgendwie in diesen Keller reinzukommen. Nehm noch die Perle mit. Und ich hab den Schlüssel noch nicht. So. Jetzt versuchen wir nochmal sicher in Richtung... Ich kann ja hier auf den Balkon klettern, einfach runterfallen, oder? Dann dürfte ich doch nicht auffallen. Komm. Dankeschön! Hier ist der Zutritt nicht mehr verbunden. Super! So, und in diesem Raum war Lady Boyle das letzte Mal. Okay. Gut, wie komm ich jetzt in den Keller? Wir müssen den Weg zum Keller finden. Wo geht's denn hier hin? Oh, hi, Lady Boyle. Wie geht es Ihnen? Kann ich mit Ihnen reden? Hi! Ne, ich glaube auch nicht. Ähm. Okay, hier würde ich gesehen werden, wenn ich sie töte. Schon mal nicht gut. Kann ich die Tür... Gibt es hier irgendwas, was ich zumachen kann? Ne, ne? Obwohl hinter diesem Flügel... Dürfte das, glaube ich, niemand sehen, tatsächlich. Soll ich es einfach riskieren? Klauen hier schon mal das Geld? Zack! Das war Lady Boyle. Wow, okay. Das war deftig. Wieso? Wie haben die das denn jetzt mitbekommen? Ich war doch gar nicht in Sicht. Einen Moment. Ja, doch. Wir gehen einmal in den Garten der Boyles. Ich weiß aber gar nicht mehr, was jetzt meine Aufgabe noch ist. Ich mach das viel zu chaotisch gerade. Töte Lady Boyle. Das hab ich gemacht. Bin daraus, welches Kostüm dein Ziel trägt. Das hab ich auch... Ich hab sie doch schon. Drei Frauen sind als Lady Boyle verkleidet. Ich hab die andere getötet. Kann das sein? Verdammt! Oh, wisst du was? Dann lade ich nochmal neu. Auch wenn das ein bisschen blöd ist. Ähm... Ja. Oh Gott, ich hoffe, ich hab jetzt nicht das geladen, wo ich die erste getötet hab. Mist! Ich hab das hier geladen. Ne, nicht speichern. Okay. Ganz ruhig. So. Ne. Doch, das hier. Ne, das ist auch nicht das Richtige, oder? Ach so, so hab ich hier gerade mit ihr gesprochen. So, das ist also nicht Lady Boyle. Das haben wir jetzt rausgefunden. Wir gehen einfach mal weiter. Ich würde immer noch gern den Weg zum Keller erstmal finden. Nur... Wo war ich denn noch nicht? Ich hab überhaupt keine Orientierung hier in diesen Räumen eigentlich. Hallo. Wie geht es euch? Alles gut? Okay, das ist eine Toilette. Offensichtlich. Aber wo geht es hier zum Keller? Ach, ich will den Weg zum Keller. Ich will den Weg zum Keller. Wir sollten das als eine Gelegenheit sehen. Wozu? Ein Händler zu werden? Der Stadtwache beizutreten? Ihr Haus hat in Krisen ein Vermögen erwirtschaftet. Das können Sie wiederholen. Eigentum ist heute wertlos. Meine Häuser sind voller Leichen und Rappen. Ja, wie auch immer. Bla, 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 bla. Wir sind reich und sind glücklich. Hm, 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 hm. So. Oh. Lady Boyle. Ich hoffe, dass Sie auf der Gästeliste stehen, Sir. Sind Sie Lady Boyle? Hoffentlich benehmen Sie sich. Ich benehme mich. Ich benehme mich. Keine Sorge. Ich möchte nur wissen, wo du jetzt hingehst. Kriege ich Ärger, wenn ich das einfach so nehme? Reifen Sie zu. Ich nehme, was ich tragen kann. Die werden nichts wissen. Okay. Es scheint in Ordnung zu sein. Ich hörte, Lord Brisby sucht nach Ihnen. Möglich. Ich möchte auch nochmal dazugreifen. Also, bei Ihrem Beutel natürlich. Ähm, irgendwie. Ich möchte das Geld. Was denn? Ich darf doch nehmen, was ich möchte. Gut, dann sind wir wieder hier drin. Ich nehme mal an, das wird Lady Boyle sein. Okay. Obwohl ich mir auch natürlich nicht sicher sein kann, ob das wirklich die Lady Boyle ist. Mann, wo geht es hier denn zum Keller? Ich möchte jetzt den Weg zum Keller haben. Das muss man doch irgendwie finden können. Gut, da war ich gerade eben. Das ist der Raum wieder. Da darf ich nicht rein, ne? Ah, hier geht's runter, oder? Ah, okay. Er lässt mich einfach vorbei. Da ist ein bisschen Blut. Und ich glaube, jetzt sind wir... Darf ich hier sein? Scheiße. Darf ich hier hin? Ich darf hier hin. Hi. Ich geh schon. Ich geh schon weiter. Ich geh weiter. Ich geh weiter. Alles gut. Ah, okay. Jetzt geht hier die Tür auf. Das war der Schalter, den ich das letzte Mal nicht gesehen habe, oder? Oh, oh, oh. Greifen mich die... Oh, oh, oh. Oh. Blöde Ratten. Ihr nervt. Geht weg. Bitte. Okay, eine Ratte habe ich zerschlagen. Jetzt hauen sie alle ab. Sehr gut. Ich wollte eigentlich... Oh Mist, die kommen schon wieder, glaube ich. Ne, kommen nicht. Okay. Wieso... Wie ich mich vor den Ratten auf den Fässern verstecke. Ähm. Oh, hier ist doch auch kein Tresor. Was ist denn das hier unten? Hier ist auf jeden Fall ein Boot. Vielleicht eine Fluchtmöglichkeit. Ähm. Ne, in die Kanalisation wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wäre das eine andere Möglichkeit gewesen, auf die Party zu kommen? Also eine andere als der... Der Vordereingang? Schlüssel zum Tresor. Gold. Ganz hier Gold. Was haben wir hier? Kaiserliche... Oh ja. Nice. Und Walöltanks. Und eine Rune. Und wenn wir jetzt da eine Ratte nehmen... Ist hier noch eine Ratte? Ich würde gerne mal eine Ratte beherrschen, kurz. Äh, wo ist denn... Wo ist denn mein Beherrschungsskill? Hier. Ist hier noch eine lebende Ratte irgendwo? Habe ich jetzt alle Ratten getötet? Ja, ne? Fantastisch. Sonst hätte ich da noch durchgekonnt. Nein. Oh, jetzt hätte ich gerne noch eine Ratte. Was ist das hier? Ah, okay. Schade, dass ich jetzt keine Ratte mehr zur Verfügung habe. Ähm, egal. Trotzdem würde ich dann an dieser Stelle, auch wenn wir nicht wirklich was geschafft haben, außer den Tresor natürlich zu finden, ähm, diese Folge einmal hier unterbrechen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, auch wenn es sehr chaotisch war. Ich versuche mich zu bessern und das nächste Mal wieder vernünftig zu spielen. So, bis zum nächsten Mal. Ciao.